Seit fast 200 Jahren revolutioniert Leica Geosystems die Welt der Vermessung. Mehr als 5000 Mitarbeiter in 33 Ländern unterstützen weltweit bei der Entwicklung der neuesten Reality Capture und Vermessungstechnologien. Seit 2005 ist Leica Geosystems Teil des schwedischen Konzerns Hexagon, einem weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologien. Ich habe selber vor über 20 Jahren abgeschlossen, Telematik zu studieren an der TU Graz. Und dann habe ich bei der Leica angefangen als Softwareentwickler, habe dann verschiedenste Rollen gehabt in der Leica als Softwareentwickler, als Teilprojektleiter, Softwarearchitekt, war dann Projektleiter, bin jetzt Teamleiter. Und das ist auch ein Punkt, den mir der Leica sehr gut gefällt, dadurch, dass wir eine große Firma sind, gibt es die Möglichkeit, dass man wirklich auch über die Zeit immer wieder etwas Neues machen kann, ist abwechslungsreich. Das ist das Bild, das bei uns sehr häufig ist, dass die Leute lang bleiben. Aber natürlich gibt es auch Leute, die vor einem anderen Bereich, einem anderen Beruf waren und dann die Erfahrung von anderen Firmen zu uns mitbringen, was natürlich auch sehr vorteilhaft ist. Mit Leidenschaft und Engagement entwickeln und produzieren in der Schweiz an den Standorten Herbruck, Zürich und Bar über 1300 Mitarbeitende aus 49 Ländern die Technologien von morgen. Leica G-Systems ist ein sehr guter Arbeitsgeber für mich. Wir haben ein sehr gutes Klima, es ist entspannt, wir haben sehr gute Arbeitsbedingungen, wir können auch sehr viel Innovation von uns persönlich in die Firma reintragen. Es ist nicht nur, die Firma gibt etwas vor, sondern wir können selber Kreativität wirken lassen. Wir sind ein sehr internationales Team, sehr viele verschiedene Leute mit sehr vielen verschiedenen Hintergründen und wir kriegen wirklich große Herausforderungen, wo man am Anfang mal schluckt und sagt, das wird sehr schwierig. Und es macht wirklich Spaß, wenn man es dann mit diesen Leuten zusammen auch schafft, also die Herausforderungen am meisten. Ich bin Techniker und von dem her bin ich auch ein Technik-Fan und wir sind echtes Hightech-Unternehmen. Wir machen wirklich Sachen, entwickeln Sachen, die niemand zuvor gemacht hat. Wir haben Kontakt mit anderen Hightech-Firmen, arbeiten mit denen zusammen, sind wirklich immer am letzten Stand und es macht natürlich wahnsinnig Spaß dabei zu sein. Um diese Innovationskraft weiter anzutreiben, sucht das Unternehmen laufend begeisterte und engagierte Softwareentwickler, Elektroniker, Ingenieure und Techniker, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Vielfach haben wir als erstes ein bisschen Kreativ-Meetings, da treffe ich Kollegen spontan oder abgemacht. Und dann geht es eher nachher ins Detail hinein, wo wir dann auch wirklich kreative Sachen umsetzen, Prototypen aufbauen, Versuche machen und auch die ganzen Entwicklungen vorantreiben. Leica Geosystems, wo Begabung und Leidenschaft sich entfalten können.